Check-up-Sun-Production Broadly Brassens Ey, bis man das prima abcheckt, wir gehen schon noch ein paar Wochen, ey. Auf jeden Fall ist die Grafik endgültig, oder? Ey, komm zu mir, zu Friedrich. Friedrich, dachtest du? Ja. Ich hab kein Friedrich. Albert, Bertha, Cäsar, David, Friedrich. Ich hab jetzt Bertha, Cäsar, David, Emil. Na, wo bist du drin? Cäsar. Nee, weil Cäsar bist du nicht. Du bist gar nicht bei mir im Spiel, alter. Hallo? Hallo? Wo bist du, Tobi? Ich bin auf der Met, warte, sag ich jetzt. Äh, kann ich dir sagen. Krieg im Wahlsaal. Du bist nicht bei mir, Mann, doch. Krieg im Wahlsaal. Hä? Ich kann nicht spielen. Ja, das ist ein Halt. Ich kann nichts machen. Ich wurde erstochen, alter. Tobi, ich kann nichts machen. Ja, ich weiß nicht, was soll ich jetzt machen? Ja, ich geh raus. Ich kann nichts machen. Ja, warte. Ich geh auch nochmal raus. Ich will fliegen, Mann. Kann man da, hätte man da fliegen können? Nein. Da gibt's auch keine Flugzeuge. Nein. Okay, dann nehmen wir ein anderes. Dann nehme ich Eroberung. Da muss man ja wohl fliegen können, oder? Bist du draußen? Ja. Wo bist du hier drin, Jakob? Bei mir ladet der noch. Bei mir auch. Verletzter, jetzt sind wir zusammen bei Friedrich. Friedrich, ach, ja, genau. Kann ich nicht nehmen. Du bist doch bei Friedrich. Tja, aber das Geschwärter ist doch so ein bisschen. Ja, so eine Trupfung, ja gut, alles klar. Es läuft ja schon ewig. Wieder kein Flugzeug frei. Warum kann ich nichts machen? Ich bin in der Map. Ich muss Kreis drücken, zum Beispiel. Danke. Und dann? Bist du auf der Map. Nee, eben nicht. So, ich bin jetzt auf der Map. Ich war bloß auf dem Flugzeug. Oh, wie der kein Flugzeug nachkriegt. Fick doch nicht. Bist du jetzt drin? Nein, ich kann nicht bei dir drin reinkommen, Alter. Ich weiß nicht, warum das nicht geht. Bei mir ist da so ein Schloss, Mann. Du musst. Ich kann nur Emil annehmen, Mann. Dann geh halt in Emil. Ist doch egal jetzt. Hier kannst du Flugzeug annehmen und alles. Oder wenn du denn es weißt. Alter. Alter. Alter, wie weit sind die Schlaggen weg, Mann. Ich muss voll latschen. Na, ich geh mal gleich zur A. Das ist am nächsten. Wo bist du? Ich bin tot. Ich bin in einem Flugzeug. Aber ich flieg nicht selbst. Was? Ja. Komm zu A. Tobi. Ich fliege. Ich fliege. Ich bin abgeschossen worden. Ah, mit einem stationären Geschütz, Alter. Einfach zu, wurde abgeschossen. Wieso fährt denn das Auto nicht? Frag mal, wann... Ja, genau, Alter. Ich werde getötet und das Pferd überlebt. Kommt dann, glaube ich, gleich der Zug. Jawohl, habe ich einen Sniper weggeholt, Alter. Oh, ist da noch ein Platz frei. Leck mich doch alle, Mann. Ich werde mit dem Panzer einen Berg hoch. Ist das ein Idiot, ey. Alter. Oh, ist das Flugzeug. Fuck. 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 Das ist das Flugzeug. Was? Wer aber im Einsatz kommt... Ach, du bist ein Idiot, Alter. Anders könnt ihr nicht gewinnen, außer zu kämpfen, war? Ah, das Ding hat einen Flammenwerfer. Ja, genau. Ja, das Ding hat einen Flammenwerfer. Ja, das Ding hat einen Flammenwerfer. Spassi. Der ist voll die Flinte. Alter, was haben die alle für Waffen, ey? Auf geht's zu, ey. Boah, Alter, der fährt... ...der fettig ne besenktes Sau, der Pampa. Fass dich aber. Boah, wie hat der mich erwischt, ey. Okay. Er hat schon weiterer Sebel gestochen, der Penner. Der ist ein Flammenwerfer. Der ist ein Flammenwerfer. Okay, ich bin jetzt ein Flammenwerfer. Okay, ich bin jetzt ein Flammenwerfer.